Geh erst mal hier lang. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Daran geh ich nicht da lang. Ein hübsches Wandgemälde. Ich vermute, dass sie in der Küche ist. Oder? So, was haben wir hier? Maschinengewerben, Munition. Sehr schön. Ich frage mich, warum... Ich frage mich, warum wir so viel Munition bekommen. Ich gucke noch mal eben auf die Karte. Warte mal. Äh, hallo? Ah. Schiff F2F. Evelyn finden. Okay, wir müssen Evelyn finden. Was ist das denn da? Ah, da brauchen wir einen Schlüssel für, ne? Oder? Steuerung. Habe ich keine... Okay, ich habe keine Anzeige, was die Legende angeht. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Ich schaue jetzt mal hier. Hm. Solange ich das Messer in der Hand habe, fühle ich mich sicher. Muss ich ganz ehrlich... ...hinaufklettern? Okay. Komme ich eh nicht lang. Gut. Ähm. Ich gehe mal noch nicht durch... Ah, guck mal an. Warte. Ähm. Ich glaube, wir machen noch mal so ein... Hä? What the fuck? Ach so. Wir haben... Ach ja, stimmt. Das ist ja ein Video, was wir spielen. Ähm. Ich gehe mal noch nicht durch diese Tür. Ich schaue mich erst mal hier um, warum wir da rüberklettern können. Was das zu bedeuten hat. Aha. Von der Tür kamen wir, ne? Was denn hier? Aha. Also ich habe eine große Vermutung, dass das vielleicht so eine Art Fluchtmöglichkeit wäre. Sieht zumindest dann da aus. Schon wieder viertel nach zehn. Ich glaube nicht. Evelyn! Das ist Evelyn? Entriegel. Verdammt! Ich muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie vergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Och, großartig. Wir werden vielen mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden. Und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Also hat Mia... Also ist Mia doch Polizistin, oder wie? Und sie hat hier... Und sie wusste, was hier abgeht. Und deswegen ist sie verschwunden. Ah ja, jetzt macht's Sinn. So, wo ist jetzt... Warte mal. Evelyn finden. Jo. Ne, das geht nicht. Okay. Ich kletter mal hier rüber. Wo kam der denn her auf einmal? Oh, was ist das denn hier? Alter, das gibt's doch nicht. Das soll abhauen. Der stinker. Ich muss Evelyn... Ah, warte mal. Der kann eh keine Türen öffnen. Der ist so doof dafür. So. 34, 33. Wir kommen hier mal näher. Haha. Hallo. Ich bin hier. Guck mal hier. Boah, bist du hässlich. Ja, du bist hässlich. Boah, Alter. Deine Mama will ich auch nicht kennenlernen. Wie hässlich ist erst dann deine Verwandtschaft? Ich glaube, wir müssen runter, oder? Ja. Ja. Ja, ist klar. Wenn man ein Bruder steht da hinten. Im Gang. Wo kommst du denn jetzt her? Aus dem dritten Stock? Ah, scheiße. Alter, der ist so ab. Oh. Äh, ich bring deinen Zwillingsbruder gerade mit. Scheiße. Jetzt hab ich ein Problem. Rennen ist doch eine Alternative manchmal, muss ich sagen. So. Oh Gott, was? Ernsthaft? Hör, geh da rein. Äh. Rein. Alter. Alter. S2. Wo geht's denn noch hin? Ach, 2 und S2. S2, da ist noch eine Sicherung. Okay. 3, 4 und 1. Also 1, 3 und 4 kommen wir nicht hin. Hm. Hm. Ich glaube, wir sind im Maschinenraum. Und das Spiel speichert. Die Musik jetzt, ne? Oh Mann. Boah, wie geil das einfach aussieht hier. Ja, nee, ist klar. Ah, ich will Muni sparen. Alter. Ich will meine Flinte wieder haben und ich will Muni sparen. Verdammt. Okay. Kraut haben wir schon mal gefunden. Ah, sehr schön. Munition. Munition, Munition. Munition. Oh Gott. Huh. Boah. Der ist schon wieder. Der soll abhauen. Wie er da hinter der Tür steht. Hallo. Ah, tatsächlich. Die Tür zu gerade. Hast du gesehen? Guck mal. Der macht einfach die Tür zu. Ey. Hallo. Hätte er mich jetzt getroffen. Hätte er mich jetzt getroffen. Hätte ich das Spiel ausgemacht, hätte er sich aus dem Fenster geschmissen. Ich weiß, es ist gemein, aber ich nutze jetzt mal die Gelegenheit. Wie wäre es mal mit B-Panthen? Wund und Heilsalbe. B-Panthen. Boah. Ihhh. 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 Okay, war fies. Ich weiß. Aber... ne? Lebe ich halt länger. Ah. Wir brauchen so Griffe. Ah, jetzt macht Sinn. Okay. Okay, wir kommen näher. Oh Gott, was ist das denn hier? Was? Bombe mit Fernzünder? What the fuck? What the fuck, Alter? Boah, also gefühlt würde ich sagen, ist die Decke locker 10 Meter hoch. Locker. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt auf dem Bildschirm, aber hier so in VR... Ja, ist klar. Ist das so... Kommt das wirklich so 10 Meter mäßig, oder? Mein Gott. Komm her, who's your daddy? Mein Gott. Geht doch. Ähm... Ne, echt, also vom Raumgefühl würde ich echt sagen, so... Weiß ich nicht, wie groß mag das sein? Warte mal. Ich würde sagen, so 10 Meter mal 20. Länge mal Breite und Höhe würde ich auch sagen, so 10 bis 15 Meter ist der Raum bestimmt hoch. Ganz locker. Damit ihr mal so ungefähr eine Vorstellung habt, wie das in VR wirkt. Also ich komme mir echt winzig gerade vor. Oh Gott. Hallo. Stehst du auf? Was ist das denn da hinten? Da flimmert irgendwas. Schade. Da komme ich schon neben. Es wirkt immer sehr beruhigender. Es wirkt immer alles beruhigender hier, je weiter ich komme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danger. Na toll. 22 Meter. 21 Meter. 18, 17. Äh. Warte, warum auf einer 13? Was? Wo? Oh Gott. Hier hinter. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür, aber ich habe keinen Schlüssel. Dieser Tür? Versuch das Schloss aufzuschmeißen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Eine Bombe, mit der eine Fernbedienung gezündet werden kann. Drücken Sie FIERK, um sie zu zünden. Was ist das hier? Pillen. Nahrungsergänzungsmittel Pillen. Sie sich auf das Nervensystem auswirken. Müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Also. Oh Gott. Wir müssen den ganzen Abschnitt auch im alten Schiff nochmal machen. Oh Gott. Mhm. Hallo? Ätzmittel. 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 Aha. Jetzt können wir das Schloss aufätzen, oder was? Okay. Bist du böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück. Okay? Und ich werde dein Daddy sein. Ja. Oh oh. Wo bist du, Evie? Ähm. Das ist nicht gut. Evie. Evie, Peevie. Hier muss man doch bestimmt später was machen, oder? Mit den Dingern. Sieht mir so nach... Jetzt... Ich hab's gewusst. Jetzt geht die Tür zu. Sie macht mehr Freunde. Leute. Das heißt ja was. Sie macht mehr Freunde. Ja, das hab ich mir immer gedacht. Kann ich hier nicht rüberwerfen? Oh, wie dumm. Ich mein... Hä? Ach so. Ich wollte es so mal ausprobieren. Ah komm, an dem renne ich vorbei, ey. An dem verschwende ich jetzt keine Muni. Komm ist mehr Platz. Ich hab zugenommen. Meine Chance. Juhu. Juhu. Jawohl. So. Uah. Okay. Evie. Evie, knivie. Ist Evie nicht diejenige, die... ZDF Fernsehgarten moderiert immer sonntags? Alter, was ist das für ein Nebel? Das ist ein komischer Nebel. Oh. Kraut. Munition. Bomben. Noch mehr Bomben. Irgendwas anderes noch. Keine Ahnung, was war das gewesen? Warte. Ähm. Keine Ahnung. Irgendwas haben wir noch aufgesammelt. Ich weiß nicht, was es war. Oh, guck mal. Chemikalie. Cool. Ich weiß, wir werden es eh nicht brauchen, weil wir ein Video sind. Aber gut. Boah, wie geil der Nebel animiert ist. Alter, Schwede. Warum brennt es hier? Hat doch vorher nicht gebrannt. Hat doch vorher nicht gebrannt. Und ich kann mich entsinnen, dass wir die... Äh. Warum geht der nicht tot? Du sollst tot gehen. So. Weg ist er. Der Nächste, bitte. Ich muss den Fahrschuh fahren. Nein. Iwi, Iwi, Iwi. Fuck. Fuck. Wieso ist die so schnell? Oh, oh. Wie, keine Rätsel. Drei. Ach, jetzt müssen wir auf die Tage drei fahren. Okay. Okay. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Äh. Äh. Fuck. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wir gehen erstmal nach unserem Kumpel gucken. Wie es dem geht. Äh. Wo war der nochmal? Warte mal. Ist doch die Etage, ne? 2F, ja. Hier. Boah, alles abgeregelt. Guck mal. Äh. Eve ist oben. Alan? Alan, wo zur Hölle bist du? Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab ein ungutes Gefühl, was mit Alan ist. Hallo? Achso, da war wieder die... Das Prospekt. Survival Lives, oder wie das heißt. Ich höre ihn schon wieder. Da. Ey. Ich hab deine... Ich hab deine Brüder erledigt. Ein paar Tage. Oh, ciao. So. So. Hier geht's nicht lang. Bin mal gespannt, ob wir auf die Brücke noch kommen. Also zumindest im Video. Also wir müssen ja überleben. Also im Video müssen wir ja überleben, weil sonst... ...wird's uns ja nicht geben im richtigen Spiel. Boah, Alter. Gibt's hier noch was? Ich guck' noch mal, ob wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Aber ein... Was ist das denn? Achso. Na toll. Hat jetzt auch ganz viel gebracht. Stimmt, von hier kamen wir ja. Okay, ciao. Ach, jetzt sind wir hinter. Achso. Oder? Ah, jetzt können wir nach oben auch. Sie ist oben. Ah, ja. Jetzt macht's auch Sinn. So. Freunde. 3F. Oh Gott. Den Bereich kennen wir ja. Aus dem Video. Oder... ...dem Raum, wo wir gerade waren. Boah, ich hab gedacht, da steht jemand. Boah. Ist ein bisschen gruselig gerade. Ah, der Fernseher mit dem Videokassettel oder mit dem Videorekorder stand noch hier. Oder der stand schon hier. Vor dem Video. Alter. Cool. Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Mischstück. Nie hat sie. Okay. Warte. Evie. 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 Erlen, hör zu. Ich hab sie zu gemeint. Sie versucht die Kontrolle zu überwenden. Du musst sie bekämpfen. Aber sie ist... Evelin, hör zu. Stop! Stop!